Hallo Leute, herzlich willkommen im nächsten Part, ich fange sofort an. Und ich würde gerne jetzt erstmal gucken, wie gesagt, ob wir, ich glaube nicht, dass es der Boss ist, das wäre ja blöd. Aber, Sicherheit wird vor. Aber ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, oder? Hier oben finden wir die eine Welt. Dahinter geht es auch nicht weiter, oder? Hier ist nichts. Ich werde natürlich nicht, ich gehe auch nur mal sicher, ne? Ich spiele alles auf Blind, also ich habe es nicht immer abgeguckt, oder so. Da oben war ich schon. Ja, brauche ich nicht hin. Also, das wird es dann nicht sein. Hm. Ist da wirklich nur in Heroic Towers? Ist da draußen nichts mehr? Ich glaube nicht. Egal. Hier geht es raus, ne? Ja, hier geht es raus. Hier ist kein Weg. Dann wird es das sein. Ja, okay, dann müssen wir da hoch. Dann warte es hier oben. Ja, da ist schon. Okay. Dann erneut. Let's try it again. Schlafen die Nachbarn schon? In Pausen, wie kannst du die Audio-Lautstärke, glaube ich, feststellen. Seid ihr wieder bereit? Herzlich Willkommen! Schau dir echt, das ist sicher. Okay, ja. Kenn ich schon. Alles klar. Kennen wir schon, nicht ich. So, 10 komplette Antworten liefern, um eine Frage zu überlegen. Okay, let's go. Die Stammblocktoten, wie viele Patches waren zum Freischalten? Erforderlich. Eine. Vermaledeit. Selbst eine bekanntliche Echse kriegt mal eine richtige Antwort. Verflixt und zugenäht. Eine super schnelle, korrekte Antwort. Das gibt zwei Punkte. So können wir schnell antworten? Ne, okay. Dann sind wir zugenähten. Dann sind wir zugenähten. Dann sind wir zugenähten. Dann sind wir zugenähten. Päh. Ihr habt auf Jokapedia nachgeschaut. Nicht wahr? Mo2. Cool. Der enttäuschende Monument. Boss Rampo. Was hasst er? Das weiß ich nicht. Er hasst Reisende Vertreter. Mumpitz. Ich hätte schwierige Fragen stellen sollen. Wer ist Rampo? Der betrügerische Händler. Trouser. Wie viele Federn verlangt er für seinen ersten? Null. Ja. Der maledeit. Selbst eine beknackte Echse. Ob der beknackt warst, kriegt mal eine richtige Antwort. Ich habe bekannt gestanden. Okay, jetzt. Dieses garstige Ghostwriter. Welche habt ihr in den Stammblocktrufen zuerst gefangen? Ah, das weiß ich. Ich weiß nicht, wie die heißen. Blau. Was? Konzentriert euch. Das war die leichteste Frage von allen. Hä? Die lächerliche Wolke Nümbel. Wo in den Stammblocktrufen findet man sie? Was soll ich sagen? Hinter Reto Spielhalle. Ja, genau. Ach, das war sicher nur glücklich. Äh, glücklich geworden, ja. Ich bin schon glücklich. Was? 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 Ich glaube, wir wollen zurückgehen. Wie lange habt ihr gebraucht, um bis hierher zu kommen? Es ist leicht. Es können wir jetzt eigentlich noch rund 4 Stunden, 25 Minuten. Das ist fies! Okay. Drei Minuten Unterschied, nur. Alter, jetzt sagt seine Bekannte, knackt der X. Ich sag immer Bekannte. Kriegt mal eine richtige Antwort. Jetzt lass mich rein. verdammt bei der präsentation für diesen dieses bis wurde uns diese frage als unlösbar verkauft diese niederlage wird bei meiner nächsten leistungskontrolle genauer unter die lupe egal ich werde einfach das nächste ist so schwierig machen dass selbst ein lösungsheft euch nicht helfen wird bis zum nächsten du hast ja noch praktisch ist alles was der macht wie heißt der doktor kacke mal sehen was wo wir jetzt landen jetzt der endboss den schaffen wir ganz bestimmt hat spaß gemacht auch wenn ich tausende verloren aber hat spaß herrita ich hab auch vor dieses display endlich mal zu ende zu kommen nicht wie die anderen sieht ganz cool aus wo wir hier sind es sieht noch eine stadt aus das muss ich nicht hoffen weil die städte hässlich sind ok wo sind wir ja ich hab träuser wieder hier kommen wir nicht hoch ohne ein blick mit träuser kommen wir da wirklich hoch die verkauft uns nur diese komischen und nicht weg von mir verpiss dich einfach mann ich hasse diese dinge ich merke doch schon das wird nichts ein bisschen buchstaben wenn diese groß weiter denken dass sie euch helfen können ist das ein tödlicher irrtum äh ghost rider hört sich das wahrscheinlich mal an ich mein glaub es hört sich wahrscheinlich so an aber ist egal ja kann ich mal wieder sprechen doch ich kann dich eh nicht leiden weißt du es kommt rein erfreut euch an rags zu neuerscheinungen aber nicht münzenwurfträgern weil was die richtung aber nicht münzeinwurf das ist ja nicht münzenwurfträgern weil wir wollen freunde spaßiges automatenspiel spielen kann ich eh nicht oder ach egal machen wir ein anderes mal jetzt gehen wir erstmal in die nächste welt träuser rede mit mir aber leute erstmal brechen wir den baut bis zum nächsten paar leute lasst den wert wenn es euch gefallen hat und tschüss leute auch Untertitelung des ZDF für funk, 2017